Das ist Laura. Laura ist Angestellte bei einem überregionalen Reiseveranstalter. Neben einigen anderen Aufgaben ist es ihre Hauptaufgabe, sich um das Marketing des Veranstalters zu kümmern. Gerade jetzt, wo die Firma ihr Einflussgebiet vergrößern möchte, ist sie gefordert. Im Rahmen des regelmäßigen Monitorings stellen sie und ihre Kollegen fest, dass die Flyer, die sie auf lokalen Events ausgelegt haben, zu geringen Anfragen oder Buchungen führen. Auch der Facebook-Account der Firma hat mit nur 65 Followern keine große Reichweite, sodass der erhoffte Erfolg ausbleibt. Laura weiß, dass sie etwas ändern muss und wendet sich an Experten aus der Branche. Durch das Projekt Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein findet sie den Kurs Social Media Marketing von Lena Modrow, Dozentin und Social Media Beauftragte an der Fachhochschule Westküste. Sie führt mit anschaulichen Beispielen und leicht verständlichen Erläuterungen durch den Kurs. Der Kurs wendet sich speziell an Angestellte der Tourismusbranche und bietet einen Einblick in die für die Tourismusbranche relevanten sozialen Medien und Kanäle. Im Kurs lernt Laura also zuerst, die verschiedenen Plattformen nach ihren Funktionen mit Hinblick auf ihr Unternehmen zu bewerten. Dafür werden theoretische und praktische Beispiele gegeben, um das Wissen übergreifend zu festigen. Es stellt sich heraus, dass die jüngere Zielgruppe, die das Unternehmen erreichen möchte, eher auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Instagram, zu finden ist. Sie weiß aber auch, dass für ihre Kunden das unternehmenseigene Facebook-Profil immer wichtiger für die erste Kontaktaufnahme wird. Durch den Kurs hat sie nun zum Beispiel gelernt, dass sie das Instagram-Profil mit dem Facebook-Account verbinden kann. So kann sie die gewünschte Zielgruppe ansprechen und trotzdem den Facebook-Account arbeitssparend aufrechterhalten. Zum Schluss erhält sie hilfreiche Praxisbeispiele, Blogs, Foren und Anwendungstipps und hat nun umfassendes Wissen über die Vor- und Nachteile der gängigen und für ihr Unternehmen wichtigen Social-Media-Kanäle. Konnten sie ihr Interesse wecken? Dann melden sie sich jetzt gleich zur Teilnahme an. Unser gesamtes Kursangebot finden sie unter www.oncampus.de. www.oncampus.de.